Tomahawk, Geräte, Bogen, Falle, Köder. So, und jetzt? Ku halten, um an Ort und Stelle anzubringen. Ach, ich soll ein Fallengerät aussuchen. Ja, ich bin ja auch Fail. Legen wir noch eine weitere. Okay, dann suchen wir jetzt nach größerem Wild. Aber wir sollten natürlich jetzt auch noch einen Bogen auswählen. Sonst wird das hier nichts. Wollen wir mal gucken, ob wir größeres Wild denn finden werden. Stealth Game. Wie sieht's hier oben aus? Ich sehe gar kein größeres Wild. Überhaupt irgendwo in der Nähe sehe ich kein größeres Wild. Also wird das nicht so einfach, wie ich es mir gerade gedacht habe. Ah, hier ist ein Hinweis. Aber ich wollte es nicht. In der Nähe ist es nicht. Es ist ja der Vorteil, der es nicht gegeben hat. Ich lege das noch, was man versucht hat. Nein, es ist nicht so, wie man muss man die Situation haben. Wir wollen die Shawnen haben. hier sind, und wenn man sie nicht tun hat. Das hat ein bisschen zu tun. Das ist ja so, wie das andere. Wir wollen das nicht. Also ich kann es nicht machen. Ich kann es nicht als einen zu machen. was ist denn das 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 ja das ist das 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 ist Ah. Der Hirsch ist zurück, einen neuen Jagdversuch unternehmen. So, und wie ködern wir das jetzt am besten? Mal gucken, ob es das was bringt. Uh, es kommt. Ah, und jetzt holen wir uns unsere Belohnung, weil das war nice. Ja, wir sehen zwar nur einen Baum, aber es ist gut. Okay, jetzt überprüfen wir mal... Boah, was war das denn für ein Speedboost? Jetzt überprüfen wir mal die Schlingen, mal sehen, ob wir da was gefangen haben oder nicht. Oh, was haben wir denn hier hübsches gefangen, ne? Einen kleinen Hasen. Ja. Und was hast du hier? Hast du auch einen Hasen gefangen? Mehr als drei Tierarten jagen. Köder und Falle kombinieren um ein Tier zu fangen. Okay. Oh, da läuft ein Wolf. Erstmal den Hinweis analysieren, den wir hier gefunden haben. Jetzt sind wir hier Jäger. Ah, da ist er wohl. Okay. Dann haben wir hier noch einen Hinweis. Okay, ein Hase hat ja ein paar Blumen gefressen. Hier gibt es keine guten Verstecke. Was zur Hölle? Wie die alle wie Falschgeld umherrennen, ne? Meine Fresse. So, ähm, falsch. Stopp das. Jetzt kombinieren wir mal eine Falle. Dann machen wir hier mal eine Falle hin. Scheint ja nicht wirklich so zu funktionieren, wie ich das will. Dann machen wir hier mal eine Falle hin. Dann machen wir hier mal eine Falle hin. Dann machen wir hier mal eine Falle hin. Äh, an dem Baum eine Falle. Und an dem Baum eine Falle. Scheint gut zu funktionieren. Meine Taktik hier erstmal 10.000 Fallen zu legen. Läuft er weg. Kommt der denn jetzt her? Meine Fresse. Ah, sieh mal an. Der hat mich noch nicht gesehen. Mann! Immer verdrücke ich mich. Jetzt muss ich einmal hier einen Köder auswerfen. Ah, guck mal. Da kommt schon eins. Da kommt auch noch... Da kommen Wölfe. Die Wölfe haben mich aber noch nicht gesehen. Okay. So. Den Hirsch haben wir schon mal. Hör doch auf. So. Da sehen wir auch wieder nur Blätter. So. Einen Hirsch haben wir. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Fuchs da bekommen. Guten Tag, Herr Fuchs. Und da haben wir den Fuchs auch bekommen. Armer Fuchs, aber... Hey, was soll's. Du bist auf meine doofe Falle rauf reingefallen. Und hier haben wir auch noch was gefunden. Auch ein Fuchs. Er ist in meine arme Falle reingelaufen. So ein Kacknoob. Ich möchte jetzt gerne noch einen Hasen finden. Du hast gesehen, der ist einfach volle Kanne an mir vorbeigelaufen. Also drei von fünf haben wir auf jeden Fall schon mal. Jetzt gucken wir, ob wir noch irgendwas finden in der Nähe. Da kommt ein Fuchs. Okay. Und da haben wir den Fuchs erledigt. So. Ah, hier bin ich immer noch versteckt. Bum, 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 bum. Und da haben wir den nächsten Fuchs auch erledigt. Das geht ja leichter, als ich gedacht habe. Eigentlich wollte ich noch einen Hasen haben. Luftattentate auf Tiere? What the hell? Zu Kanetokohon. Rückkehren. Hm, wo ist er hier hin? Da ist er. Lass mich raten. Holy shit, habe ich mich jetzt erschreckt. Ach du Scheiße. Schnell aus dem Gebiet rennen. Auf zum Dorf. Schnell zurückkehren. Fetter Bär, Alter. Heilige Scheiße. Was hast du denn gemacht? Was? Oh, was hat er denn gefangen? Ich habe es gar nicht gesehen. Ja, das haben wir nicht freigeschaltet. Nun ja. Wo müssen wir denn jetzt hin, um eine neue Mission anzubieten? Ah, da hinten. Okay, dann werden wir da nochmal hinlaufen. Ah, jetzt können wir hier nochmal durchlaufen. Zack, zack. Tchoo, tchoo. Wir jumpen hier überall durch die Gegend. Guten Tag. Denkwürdiges Erlebnis. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Hier waren auch eben noch tausend Leute. Oh. So. Oh. Oh, sí. Oh. Ihr könnt hier nicht einfach lieben, wenn ich mich nicht kenne, wenn ich mich nicht behebringe, wenn ich einen Teil der quais immer die Eltern da Wilson und die Eltern da, für mich ist das. Ich will mich nicht auch nicht sagen, ich will meine Klempagne. Ich will jetzt aber nicht mal wenn ich mich nicht verheben kann. Ich will mich nicht mehr sehen, wenn es mir nicht sterben will. Ich will nur das, wenn ich mich nicht mehr Ich bin der Dähti Swa Neda Dann Neda Gato Neda Wire Yacht Dero I Yung Wajon Ha Se On Jared Dito Nio Rihau Wana Neda Wada Den Hodo Ah ja, interessant. Seinen Pfad. Okay, wir waren jetzt im Knoten. Kollisionen in der Luft vermeiden. Okay, ich folge dir. Alter, wir spielen Vogel, ey, ein Adler, wie geil ist das denn? Wir haben ja draußen wieder auf deine Ankunft bewartet. Du, wenn du ihm das letzte Stück bringst, auch dass er die Tür öffnet. Das verstehe ich nicht. Brauchst du mich? Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig genug. Viel wichtiger als du je wissen bist. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihrer Kontrolle zu bringen. Die Templer. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Wow, das war knapp. Sieht echt nice aus, wie sie sagen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Kurzzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Oh Mann. Dann lenke mich auf den richtigen Weg. Was soll ich also tun? Das erzählst du von einem Mann, der jetzt weiter auswählen wird. Suche dieses Symbol. Zweifel löstest du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen, das zu stellen. Auf den letzten paar Meter habe ich die zwei Kollisionen noch gemacht. Oh mein Gott. Wir müssen die Assassinen suchen. Oh, wir spielen jetzt Desmond. So, wir haben jetzt schon mal einen unserer Vorfahren gefunden. Ein Indianer. Okay. Mal sehen, was es später noch mit ihnen auf sich hat. Also, wir lassen noch mit ihnen. zoningäufen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte das alles, ich hätte es selbst gewählt, doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch, es war vielmehr meine Pflicht, denn wenn nicht ich, wer dann? Kommentiere auch in den Kommentaren mit anderen Usern, was wohl mit Desmond und seinen Freunden in der nächsten Episode passieren wird. Ich hoffe, du schaltest auch in der nächsten Episode von Assassin's Street 3 ein. Also bis dann und ciao!